Kürzlich sorgten Verena Kehrt und Marc Terenzi mit einem angeblichen Prübelzoff in Hamburg für Schlagzeilen. Oliver Pocher und Ehefrau Amira konnten sich einen Seitenhieb gegen die beiden nicht verkneifen. Verena Kehrt-Marc Terenzi. Die Pochers sprechen über Prübelskandal. Es war das Thema der letzten Tage. Zwischen Marc Terenzi, 45, und Verena Kehrt, 42, soll es während eines Hamburg-Trips in einem Hotel im Stadtteil St. Georg mächtig geknallt haben, so doll, dass sogar die Polizei eingriff und den 45-Jährigen mit auf die Wache genommen hatte, von Prübelvorwürfen. Und Alkohol war die Rede. Während sich Freundin Claudia Obert, 61, kritisch zu dem neuen Eklat um die beiden geäußert hatte, machten sich Marc und Verena selbst mehrfach öffentlich über die Schlagzeilen lustig. Wer das Ganze hingegen weniger witzig findet, sind Oliver, 45, und Amira Pocher, 30. Oliver Amira Pocher. Das ist so krass primitiv. In der letzten Folge von Die Pochers sprach das Paar, das seit Wochen tief in einer Ehekrise steckt, unter anderem über Verena Kehrt und Marc Terenzi. und übte nach den Prügel-Schlagzeilen deutlich Kritik an den beiden. Der Comedian betitelt die beiden als Prügel- und Promillepärchen und hat einen klaren Verdacht um die 42-jährige Ex-Dschungel-Cämperin. Er ist ja gar nicht bekannt für Gewalt, meint Oli. Während der Ehe mit Sarah Connor, 43, sei es schließlich nie zu derart krassen Schlagzeilen gekommen. Mein Gefühl ist, dass das von ihr kommt, meint er und weiter. Diese Kombination ist pures Gift. Ehefrau Amira Pocher fällt ein ähnlich deutliches Urteil. Das ist doch nicht geil, als Paar die ganze Nacht durchzusaufen und vielleicht sogar noch was zu konsumieren, ins Hotel zu fahren. Zu streiten und sich dann auf die Fresse zu hauen. Was ist das für eine Beziehung? Das ist so krass primitiv. Die Pochers finden, dass sich Marc Terenzi und Verena Kehrt professionelle Hilfe suchen sollten, sollten die beiden wirklich ein Alkoholproblem haben. Nicht nur, weil die beiden in der Öffentlichkeit stehen, sondern vor allem, weil der Sänger schließlich auch Vater sei. Das ist wirklich nicht lustig, so die 30-Jährige.